Hallo zusammen, der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahlen 2021 wurde veröffentlicht. Ich gehe heute mit euch gemeinsam durch. Wir schauen uns die Fragen an und was das Ergebnis ist und ob es vielleicht sogar eine bessere Alternative zum Wahl-O-Maten gibt. Das Video wird wahrscheinlich ziemlich lang werden. Ich habe euch aber unten so ein Inhaltsverzeichnis eingefügt. Da könnt ihr direkt zum Ergebnis oder wohin ihr wollt springen, was euch eben vom Video interessiert. Der Wahl-O-Mat ist herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die gehört zur Behörde, ist eine Behörde vom Bundesinnenministerium. Das sollte man vielleicht noch dazu wissen. Okay, es funktioniert ganz einfach. Die stellen einige Thesen zusammen, Fragestellungen. Man muss antworten Ja, Neutral, Nein. Und genau diese Fragen wurden vorher den Parteien zugeschickt. Und die Parteien haben sie selber beantwortet mit Ja, Neutral, Nein und haben auch eine Begründung dazu geliefert, die man lesen möchte. Ist also ziemlich transparent. Naja, es hat zwei Nachteile. Erstens, die Auswahl der Fragen ist natürlich immer ein bisschen subjektiv. Sie versuchen alle Themenfelder vernünftig abzudecken, aber das ist nie 100% zur Zufriedenheit aller machbar. Und das zweite große Problem werden wir nachher ansprechen, nämlich wir reden nur von den Antworten der Parteien. Also nur von dem, was sie behaupten machen zu wollen. Nicht von dem, was sie zum Beispiel in der Vergangenheit wirklich getan haben. Okay, Valomat, dann legen wir einfach mal los. Erste Frage. Ich sollte noch dazu sagen, ich tue mich manchmal schwer damit, Stimme zu oder Stimme nicht zu zu sagen und antworte vielleicht mit Neutral, weil ich nicht ganz sicher bin, welchen Kontext die Frage hat, welche Auswirkungen die hätte und so weiter. Okay, erste Frage. 38 Fragen gibt es. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Generelles Tempolimit brauche ich nicht unbedingt, bin aber auch nicht wahnsinnig dagegen. Ist mir relativ egal. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Nee, denke ich nicht. Ich denke nicht, dass wir gerade momentan im Krieg sind und das unbedingt brauchen. Für die NATO, darum geht es 2% und so weiter. Stimme ich nicht zu. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Mir wäre es lieber, wenn die Erwachsenen eine Bildung hätten, dass sie wählen können. Die mit 16 können erst recht leider nicht wählen. Stimme ich nicht zu. Aber ich wäre dafür, dass man die Bedingungen schafft, sodass man ab 16 wählen kann. Also, naja, ich bin dem Neutral. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ja, stimme ich eher zu. Windenergie ist schon alles voll genug damit. Wenn sich das jetzt immer noch nicht rentiert, dann weiß ich auch nicht. Die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Da stimme ich nicht zu. Obwohl ich natürlich sehr dafür bin, dass man bezahlbaren Wohnraum hat. Aber ich glaube, das kann man nicht durch solche staatlichen Eingriffe sinnvoll und nachhaltig regulieren. Also, ich sage nein. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Die machen Milliarden ohne Ende, die Impfstoffhersteller. Wir haben darüber berichtet. Absurde Gewinne. Ganze Konzerne machen Vervielfachung ihrer Gewinne, obwohl es bereits internationale Großkonzerne waren. Also, nein, sie sollen nicht geschützt werden. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Umweltbelastend, aber Alternativen sind immer eine große Fragestellung. Soll jetzt der Strom extrem teuer werden? Strom steigt schon ohne Ende. Da muss man andere Wege finden. Ich sage neutral. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Nein, stimme ich nicht zu. Ich sehe nicht, warum. Ich finde es immer besser, wenn mehr Freiheit da anliegt. Obwohl ich trotzdem das Argument verstehe. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Ja, ich sage ja. Ich weiß, es klingt ein bisschen hart, aber man muss dafür sorgen, dass es möglichst wenig Anreize zur Flucht nach Deutschland gibt. Deswegen sage ich ja. Die Leute sollen in ihren Ländern bleiben und ihre Länder aufbauen. Okay. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ja, das finde ich sehr gut. Diese Steuerfluchten, die wir haben, sind unmöglich. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kinder soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Ja, ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal. Vollkommen klar, ja. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Spenden an Parteien sollten so gut wie gar nicht erlaubt sein von einfach niemandem, weil jeder, der spendet, will etwas dafür haben. Und zwar Einfluss bei der Partei. Und dann ist sie automatisch nicht mehr Vertreter von denen, die sie wählen. Also ich sage, stimme nicht zu. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Also wenn die Eltern keine Lust haben, das Kind zu fördern, selbst wenn sie Millionäre sind, soll der arme Student nicht darunter leiden. Nein, ich stimme nicht zu. Die sollen lieber an intakten Familien arbeiten. Das sollte schon etwas sein für, im aktuellen Wirtschaftssystem. Wenn alle zum Beispiel, wenn es zum Beispiel für alle Gehalt gibt, ohne Bedingungen, ja, also ein Grundeinkommen gibt, so heißt das ja Grundeinkommen, dann wäre es eine andere Lage. Aber so sage ich, sollen unabhängig von den Eltern erhalten. Nein, stimme nicht zu. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Warum nicht? Ich sehe da kein grundsätzliches Problem dabei. Manche argumentieren, dann hat man keine Loyalität mehr zum eigenen Land, weil man nicht die Stadt... Das ist Quatsch. Ich kann euch das aus guter Erfahrung sagen. Ist vollkommener Unsinn. Man hat Loyalität zu der Umgebung, in der man lebt, bei der man zufrieden ist, wo seine Heimat ist und nicht, was man für Pässe so hat. Also, ich sage ja. Dann, sprachliche Berücksichtigung von Geschlechter. Frage 15. Bundesbehörden sollen in ihrer Veröffentlichung unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. In Klammern und unsere Sprache weiterhin der Verschandlung der Linksgrünen überlassen. Natürlich nicht. Die Ostseepipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Obwohl die USA sehr dagegen sind und die Grünen, die als US-Partei bei uns agieren, das für Händlern suchen. Ich stimme zu, soll in Betrieb gehen. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ja, da stimme ich auch zu. Das ist jetzt schon lang genug. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Warum auch nicht? Ich sehe da kein Problem. Dieses sogenannte Neutralitätsargument des Staates ist Unsinn. Bei Kleidung gibt es kein Neutral. Wenn man ein Kopftuch anhat, ist das genauso neutral oder nicht neutral, als wenn man keins anhat. Es gibt nur, entspricht es der Mehrheit und entspricht es einer Minderheit. Aber es gibt kein Neutral. Ich sehe hier kein Problem. Und wenn man Beamtinnen etwas vorwirft, sie wären irgendwie in einer Weise parteiisch, weil sie ein Kopftuch haben, dann würde das tief blicken lassen, als ich sage, ja, ich stimme zu. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Ja, stimme ich auch zu. Verbrennungsmotor ist ja nichts Schlimmes per se. Da kann es ja sehr moderne Lösungen, die auch umweltfreundlich sind, geben. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Also, ich denke jetzt wahrscheinlich so an Vergleichbarkeit, das Standardisierung über die verschiedenen Länder. Prinzipiell ja, aber ich bin auch schon für Föderalismus und Lokales. Und dieses zum Beispiel Zentralabitur fand ich nie besonders toll. So völlig unabhängig von der jeweiligen Schule, Lehrern. Ich sage mal neutral. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Ich bin tatsächlich dafür, dass man das einschränkt, aber auch natürlich nicht nur von China, sondern auch von USA. Ich würde sagen, sollen grundsätzlich keine. Ich würde jetzt nur sagen, ja, wenn das auch für andere Länder gilt. Also sage ich eher neutral. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Ja, habe ich an sich kein Problem mit. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Cannabis, immer so ein Diskussionsthema, was vor allem die Linken hervorbringen. Nicht so schädlich wie Alkohol und so weiter. Ich wäre dafür, dass man Drogen allgemein nicht verkauft, bis auf die seltenen Fälle, in denen Cannabis zum Beispiel sehr hilfreich ist. Ähm, nee, stimme ich nicht zu. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Nein, stimme ich nicht zu. Europäische Union ist an sich von der Idee her, trotz all der Ausnutzung und der Machtverschiebung und der Reichen, die das für sich ausnutzen und der Bevormundung der Völker, es ist trotzdem eine gute Idee. Es bringt Frieden tatsächlich, wenn Nachbarn miteinander zusammenarbeiten. Also ich stimme nicht zu. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern... Wozu? Das ist eine dumme Idee. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Kann ich nicht wirklich was zu sagen, ehrlich gesagt. Ich kenne die Pro und Cons nicht im Detail. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ja, natürlich. Das ist sehr gut. Bei der Überwachung, Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ich stimme eher nicht zu. Überwachung bringt keine Sicherheit. Überwachung hat auch keine Probleme gelöst. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ich sage ja, weil die Ehe ist selber eine heilige und gesellschaftlich sehr wertvolle Institution. Für die beteiligten Ehepartner mindestens. Selbst ohne Kinder. Natürlich mit Kindern wird es dann besonders wichtig. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ich bin nicht so der besondere Förderfreund. Außer es ist notwendig. Ökologisch können wir dann neutral. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ja, warum nicht? Juden, Christen, Ahmadiyya, alle möglichen werden anerkannt. Ich sehe da keinen Grund, warum man hier Nein sagen sollte. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Da würde ich sagen, nein. Diese ganze CO2-Geschichte mit staatlich Durchdrücken und Fahrverbote und Autoverbote und so weiter. Nein. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Stimme zu, neutral Stimme. Ist, glaube ich, eh ein Witz. Interessiert ja keinen wirklich. Ja, können Sie meinen Fingern auch abschauen. Ist mir ja relativ egal. Asyl soll weiterhin nur für politisch Verfolgte, sollen nur politisch Verfolgten gewährt werden. Ja, ich stimme zu. Sonst haben wir Massenflucht. Ist einfach so. Oder Massenmigration nach Deutschland. Und da bin ich nicht unbedingt dafür. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Ja, 12 Euro ist schon ziemlich wenig, aber ja, ich stimme zu. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Kann ich auch, naja, kann ich nicht. So viel zu sagen, habe ich mich nicht detailliert mit Pro und Cons beschäftigt. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja, die Unternehmen sollen schon da ein bisschen Freiheit haben. Und nicht, dass man automatisch Anrecht auf Homeoffice hat, weil das hat schon Nachteile für Unternehmen. Okay, das war's. So, jetzt soll ich die Gewichten, am liebsten Gewichte ehrlich gesagt gar nicht, und schau mal, was dabei herauskommt. So. So, jetzt darf ich die Parteien auswählen. Wen wähle ich denn mal so aus? Also natürlich alle die, die im Bundestag schon vertreten sind. Und dann wähle ich erst mal ein paar aus von denen und danach alle. Sagen wir mal, diese Satire-Partei nehmen wir mal, die NPD nehmen wir, Piraten nehmen wir noch. Weiß ich nicht, wen sollen wir noch nehmen? Hier das dritte Weg ist, glaube ich, auch so eine rechtsextreme Partei. Die Basis in letzter Zeit einen Begriff. Team Todenhöfer wählen wir noch. Okay, das soll es gewesen sein. Alle Parteien gleichzeitig können wir auch gleich nochmal machen. Also, bin gespannt. Ich habe es vorher noch nicht gemacht. Weiter zu ihrem Wahl-O-Mat-Ergebnis. Da geht's los. 67,1 Prozent. Die Basis, tatsächlich. 2020. Von Gegnern der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gegründet. Okay. Mehr direkte Demokratie und so weiter. Das ist ja schon eine ziemlich große Übereinstimmung. Ich habe mich mit der Partei noch gar nicht wirklich beschäftigt. Dritter Weg und danach kommt Team Todenhöfer schon relativ weit. 59,2. Das sind keine hohen Zahlen. Vorher habe ich mal zufällig rumgeklickt. Das habe ich schon ausprobiert. Zufällig irgendwelche Antworten. Da kam immer irgendwas zwischen 50 und 65 Prozent. Selbst wenn man zufällig klickt. Also, das sind jetzt keine besonders hohen Werte hier. Aber trotzdem an sich interessant. Danach kommt Team Todenhöfer. NPD, AfD. Also, insgesamt bin ich wohl ein ziemlich rechter Kanal, wie es aussieht. Obwohl Team Todenhöfer ist, glaube ich, kann man nicht als rechts bezeichnen. Dann FDP, CDU, Piraten. Die Partei, Grüne, SPD und Die Linke. Die allerweit abgeschlagensten überhaupt. Okay. Gehen wir mal jetzt alle Parteien. Mal alle Parteien auswählen. Mal sehen, ob sich das dann ändert. Schauen wir uns jetzt nochmal das Ergebnis an. Oh, da gibt es noch eine mehr. 71,1. Büsow. Die Bürgerrechtsbewegung. Solidarität. Was haben wir noch? Bündnis C. 71,1. Menschliche Welt. Und dann kommt wieder die Basis. Und haben wir ganz unten. Hat sich da was verändert? Ja, da gibt es noch unter die Linke gibt es Volt. Keine Ahnung, wer das ist. Kenne ich nicht. Okay. Das dazu ist letztlich eine Spielerei. Ist ein reines Informationsangebot. Ich könnte mir natürlich jetzt schon, ist interessant, die Basis mal ein bisschen genauer anschauen. Könnt ihr mir auch anschauen. Hier, dritter Weg werde ich wohl nicht wählen. Die kenne ich. Aber ich kann mir auch mal ein bisschen genauer anschauen. Hier, Team Todenhöfer und AfD. Gut, AfD kenne ich. Aber wie sieht es da aus? Was sind die Antworten? Was sind die detaillierten Begründungen? Das ist schon mal interessant. Trotzdem basiert alles auf den Antworten der Parteien. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass die Parteien das auch umsetzen, was sie sagen. Was sie in der Vergangenheit aber nicht getan haben, die Bundestagsparteien. Und wohl auch in Zukunft nicht tun werden. Und deswegen ist das hier an sich eine nette Spielerei. Hilft mir aber nicht so sehr, wenn ich denen nicht besonders vertraue. Deswegen gibt es ein anderes Konkurrenzangebot für den Wahl-O-Mat. Heißt, Dein Wahl. Willkommen bei Dein Wahl von Privat. Und das funktioniert anders. Hier steht, mit Deinem Wahl kannst du überprüfen, welche Partei wie du denkst. Du kannst hier Abstimmungen der letzten Legislaturperiode 2017, 2021 nachspielen. Als wärst du selbst als Abgeordneter dabei gewesen. In der Auswertung siehst du, welche Partei in deinem Sinne abgestimmt haben. Welche Partei in deinem Sinne abgestimmt haben. Auch wenn Dein Wahl dem Wahl-O-Mat sehr ähnelt, steckt doch ein ganz anderes Konzept dahinter. Hier sagen die Parteien nicht, wie sie zu einem Thema abgestimmen würden. Hier zählt, wie sie zu einem Thema tatsächlich abgestimmt haben. Das finde ich wirklich interessant. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe das gesehen als Konkurrenzangebot. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Klar, Nachteil ist wieder, man muss natürlich auswählen, wie immer. Gewisse Auswahl der Fragestellung. Und nur die Bundestagsparteien kommen jetzt in Frage. Vielleicht möchte ich die ja gar nicht wählen. Trotzdem ist es, denke ich mal, ganz interessant, als einmal durchzugehen. So, Quiz starten. Hier ist eine Einführung, wie das geht. Wo man draufklicken muss, aber ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Los geht's. Wie viele Fragen haben wir jetzt eigentlich? Steht hier, glaube ich, gar nicht. Sollten alle Braunkohlekraftwerke bis Ende 2022 abgeschaltet werden? Darüber wurde abgestimmt im Juni 2019. Herz, diese These ist sehr wichtig. Bewerten oder überspringen? Da haben wir eben schon gesagt, einigermaßen neutral. Ich überspringe die Frage mal. Hängt ein bisschen vom Kontext ab. Sollte in die Entwicklung und Erforschung von neuartigen Atomkraftwerken investiert werden? Ja, das fände ich eine gute Idee. Sollte der Wolf als jagdbare Tierart eingestuft werden? Warum das denn? Sollten Autos die höchsten 270 Milligramm, was ist das hier, NO2 pro Kilometer ausstoßen, von Fahrverboten generell ausgenommen werden? 270 Milligramm, keine Ahnung, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sinnvoll einordnen. Ich drücke mal hier weiter. Sollte ab 2021 der CO2-Preis auf 25 Euro pro Tonne angehoben werden und dann pro Jahr um 5 Euro erhöht werden? Ne, habe ich ja eben schon, bin nicht so der Fan von diesen CO2-Preisen. Sollte eine Masernimpfung in Einrichtungen vorgeschrieben werden, Kindergärten, Schulen? Nein, ich bin auch kein Fan von Impfpflicht. Sollten Ferkel für weitere zwei Jahre ohne Betäubung kastriert werden dürfen? Klingt nicht besonders gut, bin ich auch prinzipiell eher nicht für. Sollten die Hürden für die Änderung des Vornamens und des amtlich dokumentierten Geschlechts verringert werden? Nein. Sollte jede Person automatisch Organspender sein, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat? Also wer das verpasst, der ist automatisch Organspender, da sage ich nein. Sollten Computer und Smartphones von Verdächtigen nach richterlichem Beschluss durch Sicherheitsbehörden überwacht werden können, um Telefongespräche und Chatnachrichten aufzunehmen? Nach richterlichem Beschluss machen sie sowieso auch ohne. Ich überspringe die mal. Sollte der BND durch ein parlamentarisches Amt beaufsichtigt werden, das Einsichten in geheime Dokumente, Daten und Besprechungen bekommt, damit sie dann schreddern können, so wie der Verfassungsschutz bei NSU, prinzipiell trotzdem eine gute Sache. Stimmst du eine Einführung der Bundesnotbremse zur Eindämmung von Corona zu? Im April 2021 wurde das ja beschlossen. Nein, stimme ich nicht zu. Sollte das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben werden? Natürlich nicht Schwangerschaftsabbrüche, absolute Katastrophe. Da sollte man das Werbeverbot, das es tatsächlich noch gibt, oh Wunder, das sollte man nicht aufheben. Nein. Sollte der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden? Da habe ich vorhin ja gesagt, bin ich auch immer noch dafür. Sollte auf da eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh gelten? Ja, weiter, keine Ahnung. Sollte Deutschland die Umsetzung des 2%-Rüstungsziels verweigern? Ja, sollten sie verweigern. Sollte die Bundesrepublik umfassende Grenzkontrollen einführen? Bin ich nicht für. Sollte der Familiennachzug komplett abgeschafft werden? Ja, sollte er. Das sind doch ziemlich ähnliche Fragen wie beim Wahl-O-Mat. Sollten Georgien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden? Ich kenne die Länder nicht so gut, aber an sich im Vergleich, ja. Bundeswehreinsätze in diesen Gebieten sind gerechtfertigt. In welchen Gebieten? Da oben steht es. Irak, Jordan, natürlich nicht. Was soll das? Dann haben wir da überhaupt nichts zu suchen. Sollten die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie strenger geregelt und kontrolliert werden? Die Frage kam, glaube ich, eben schon. Ich sage mal eher, ich überspringe die Frage. Sollte die Steuerbelastung für Unternehmen gesenkt werden? Klingt immer toll. Ich überspringe die aber auch, weil ich weiß nicht genau, was das dann bedeutet für die Milliardenkonzerne. Sollten international agierende Konzerne Kennzahlen wie Umsatz, Gewinnsteuern für jedes Jahr individuell veröffentlicht? Da kommt es schon. Ja, für jedes Land individuell veröffentlicht. Sollte der Patentschutz gegen Corona ausgesetzt werden? Das heißt, Valomat hat sich auch durchaus schon daran orientiert, was abgestimmt wurde. Ja, sollte ausgesetzt werden. Sollten Vermieterinnen weiterhin die Grundsteuer auf Mieterinnen umlegen können? Überspringe ich? Kann ich jetzt die Pro und Cons nicht abschätzen in dieser Sekunde? Mein Ergebnis, die Linke 57,7 ganz oben, eben ganz unten, jetzt ganz oben. AfD immer noch oben, Grüne mittelmäßig FDP, Union, SPD ganz unten. Also teilweise ziemlich umgekehrt wie eben. Ja, ist ein Gimmick. Man kann nicht so viel damit anfangen, Leute. Es ist ein bisschen traurig. Es ist eine reine Information. Und jetzt könnte ich die Information hier durchklicken und mir im Detail anschauen, wer was wie abgestimmt hat. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz, dass man schaut, wer wie abgestimmt hat. Und dass man nicht einfach nur sagt, hier, was würdet ihr denken? Ach so, ich kann glaube ich beim Valomaten hier, kann ich auch noch Gewichtung machen. Genau, das habe ich ja gar nicht gemacht. Hätte ich eben beim Val auch machen können. Machen wir mal Gewichtung einmal. Vielleicht ändert sich ja was. Wählen ab 16 Windenergie. Ja, Verderungsausgaben ist mir schon mal wichtig. Begrenzung, Mietenergie. Ja, das machen wir auch. Rentenversicherung abschaffen. Das machen wir ebenfalls. Traditionelle Familie machen wir doppelt. Doppelte Staatsverschaffen, das ist nicht 100% wichtig. Ja, das machen wir. Das ist sehr wichtig. Na, Nord Stream 2, sehr wichtig. Kopftuch im Dienst, ja, auch wichtig. Schulpolitik, Antisemitismus, wichtig. Kirchensteuer, Verkauf von Cannabis, Austritt aus der EU, wichtig. Landeslisten, wichtig. Steuer auf hohe Vermögen, wichtig. Ehepaare, wichtig. Islamische Verbände. Was nehmen wir noch? Schuldenbremse, Erhöhung des Mindestlohns. Ja, das nehmen wir auch als wichtig mit rein. Homeoffice. Nicht ganz so wichtig. So, jetzt gehen wir nochmal hier alle Parteien durch. Hat sich dadurch irgendwas wesentlich verändert hier? Alle Parteien immer noch Büsow und dann menschliche Welt, die Basis, Bündnis C. Nicht wesentlich. Ne, hat sich nicht ganz wesentlich erändert. Aber sowieso bei den tatsächlichen Abstimmungen ist die Linke dann ganz oben. Aber 750,7 ist natürlich auch nicht viel. Das ist immer noch nah an der Zufallswahrscheinlichkeit dran. Ich kann nur sagen, dass es die SPD wohl wirklich nicht wird und die Union auch nicht. Das habe ich allerdings vorher schon gewusst. Meine Idealpartei wäre eigentlich die AfD zusammen mit den Linken und vielleicht noch einen kleinen Teil von der FDP mit drin. Die Grünen, ja, alles was es Gutes gibt in den Grünen, gibt es auch bei den Linken. Ich meine, die Grünen sind so eine typische Partei. Erst groß für Frieden und so und jetzt haben sie sich als Kriegspartei etabliert. Ja, von der Union kann man auch noch ein bisschen was Gutes dazu nehmen. SPD, unnötige Partei, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht braucht man nicht. Aber leider kann ich ja so eine Mixpartei mir nicht wünschen. Also kann man sich die Parteien anschauen, die es tatsächlich gibt. Wir werden Team Todenhöfer interviewen. Einer der Vorstände und der Landesvorsitzende von NRW ist nicht. Nächste Woche da zum Interview und da werden wir Ihnen ein paar Fragen fragen. Letztlich, das sind nette Gimmicks, aber das bringt euch keine Wahlentscheidung. Ganz ehrlich, das bringt euch wirklich keine Wahlentscheidung. Wichtiger ist doch, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht? Was wollen sie machen? Was sagen sie? Was sind das für Personen? Welchen Hintergrund haben die Personen? Welche Biografie und Geschichte haben die Personen? Wie treten sie auf? Das sind viel interessantere Fragen als solche schriftlichen Wahlzusammenstellungen und dann Prozentangaben. Das ist nur witzig, gegenseitig zu vergleichen und so. Hat aber keinen wirklichen Effekt. So, hoffe, hat euch gefreut, hier das mit mir durchgegangen zu sein. Probiert mal diesen Dein-Wahl-Auch-Aus, vielleicht für euch ganz interessant. Sonst freue ich mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.